Es weihnachtert sehr und das ist genau die richtige Zeit für das Benefiz-Fußballturnier der Poker-Juniors, bei dem Promis für den guten Zweck schwitzen. In dem Fall geht es darum, dass man mehr oder weniger halbweise unterstützt. Das Geld, das da verkauft wird, geht eins zu eins und unbeschnitten in das Projekt. Wie bereitest du dich aufs Fußballspielen vor? Vorbereiten aufs Fußballspiel ist dementsprechend in großem Sinne mein Beruf und wir werden versuchen, motiviert alle heute dieses Spiel gut zu absolvieren. Wir werden gleich beim Beginn den Ball erscheinen lassen, damit wir überhaupt mit einem Ball spielen können. Dementsprechend ist der Ball ja schon auf unserer Seite. In den letzten beiden Jahren dominierte die Promenenz in Grumbach. Diesmal bringt der Anstoß von Miss Austria wieder Glück. Nach einer eleganten Körper-Täuschung durch Mr. Ferrari, Heribert Kasper, gehen die Promis in Führung. Auch Josef Winkler und Leo Aberer trugen zum erneuten Sieg der Promis bei. Ja, es war ein lustiges Spiel und es war mal ein ganz anderes Spiel mit Frauen und… Ich fühle mich so richtig lebendig. Zugunsten des kleinen Leon Höller und dem Verein Lebenslicht wurden 11.405 Euro gespendet. Josef Winkler machte daraus die runde Summe von 11.500 Euro. Eine schöne Veranstaltung, wo man den Geist von Weihnachten gespürt hat. Mond SSG that was in Fridays for minimum, wenn es. und nicht Untertitelung des ZDF, 2020